Ich bin ein Stück österreichische Geschichte. Als mich die verstaatlichte Post im Jahr 1961, mit einer Sondergenehmigung, mit vier weiteren Brüdern importierte, ahnte ich noch nicht, dass ich nach 55 Jahren der einzige Überlebende sein sollte. Meinen Dienst versah ich 18 Jahre lang, als Personentransporter in den Bergen von Tirol und Kärnten. Einsatzbedingt wurde ich schon mit 12 Volt Bordnetz, mit einem Berggetriebe und mit einer Eberspecher Benzinstandheizung angeliefert. Stoffsitze mit gelbem Keder und ein Folgetonhorn mit der Tonfolge AFIS AD waren ebenfalls Sonderausstattung. In die Jahre gekommen, hat mich mein Besitzer, der mich um 800 österreichische Schilling 1979 gekauft hat, von 2012 bis 2014 mit einem Zeitaufwand von mehr als 3000 Stunden wieder original restauriert. Euer VW24 T1 Samba Postbus Stoffsitze mit gelbem Keder